Man bräuchte einfach jemanden, der immer im richtigen Moment zur Stelle ist. Der ihn beschützt. Vor dem alle zittern und kuschen, wenn er auftaucht. Ja, mit solchen Muskeln. Wie auch ein Comic. So ein richtiger Super. Der alles kann. Der jeder Gefahr trotzt. So ein richtiger Rächer. Ein Superheld, der sich für Gerechtigkeit in der Welt einsetzt, die Schwachen beschützt und die Bösen mit ihrer gerechten Strafe in ihre Schranken verweist, soll ein richtiger Super-Spider-Bettner nehmen, der alles kann. So müsste der auch hier bin ich. Dein ganz persönlicher, exklusiver Superheld. Mein ganz persönlicher, exklusiver Superheld? Hast du sie immer noch nicht gecheckt? Ja, aber ist das doch nicht möglich. Ich hab nicht gemalt. Willst du dich vielleicht mal von meiner Superkraft überzeugen? Wie heißt du denn? Mein Name ist Mick. M-I-K. Das steht für maskierter, idealer Kämpfer. Ah, ich bin Kim. Woher weißt du das? Na, hast du mich gemalt oder wer? Jetzt fängt Jonas an zu schreien. Und sagt mit dem Finger auf mich. Da, guckt mal. Der hat ja ein Teddy dabei. Und noch Geld noch. Guckt mal. Kim, das Baby. Alle kichern. Alle anderen kichern. Kim, das Baby. Kim, das Baby. Kim, das Baby. Ich will nicht so aufhören. Baby, Baby, Baby. Mann, ich bin kein Baby, du blöd Mann. Doch, bist du. Nee, bin ich nicht. Du ärgert dich ja wirklich. Ja, klar, sag ich mich. Ich bin kein Baby. Ja, das weiß doch jeder. Warum ärgert du dich denn dann? Hä? Ärgern? Das kommt von alleine. Am Mittag gehe ich doch nach Hause. Also, Papa arbeitet ja noch, oder? Mama, die arbeitet von zu Hause am Schreibtisch. Naja, wenigstens, wenn Nele nichts von ihr will. Mama? Gleich, mein Schatz. Ja, hallo, kann ich Sie bitte gleich zugeben? Danke. Mama? Gleich, Schatz. Machst du bitte Nele ein Fläschchen warm? Mama, ich muss mal... Nein, Schatz. Ja, hallo. Gut, dass Sie anruft. Ich muss Sie in aller Minuten. Danke. Mama? Gleich, Schatz. Nele braucht frische Windeln. Mama? Machst du schon zwei Sekunden drangehen und sagen, was ich glaube, ich bin. Ich bin schmerz. Hi, hallo. Sonst dann um drei. Geburtstagsparty bei Sophie. Hier, immer nach hinten weitergeben. Ach Quatsch. Ihr seid alle eingeladen. Hi, Kim. Hi. Ich habe hier eine Einladung zur Geburtstagsparty. Oh. Dann gibst du die bitte, Lilly. Lilly? Ja. Lilly ist doch meine beste Freundin. Warum auch immer. Also, gibst du Lilly bitte die Einladung? Also, gibst du Lilly bitte die Einladung? Also, gibst du Lilly bitte die Einladung? Hey, du. Was machst du hier, ne? Hat dir irgendjemand erlaubt, hier zu sein? Ey, was machst du für ein Gesicht? Schreist du jetzt an deiner Mama, ne? Halt doch nach. Hey, du, Lilly. Hurra. Hurra. Erkennbar muss den Schatten hier ein Licht und lass dich stehen. Du bist doch viel zu weit verloren und hast auch verdammt, dass ich schiebe. Haben wir alle erst mit dem Maschinen, dass ich vorsichtig bin? Dann sorgen wir gemeinsam dafür, dass der mit sich dreht. Was geschah und was war, ist doch erst mit egal. Jetzt zählt nur ein Tipp, ist der wirklich schlussend der Qual. Und schon würden Sie sehen und lässt sich gut, geht zum guten Zettel und das Bindel, das heißt Mut. Ein bisschen gut, Mut tut gut, gut, damit bezwingt man jeden Berg. Denn Mut, Mut tut gut, gut, so wird zum Riesen selbst ein Zwerg. Wenn man sich den Problem stellt, wird man mitten in zum Superheld. Sei frech und fit und wunderbar, hab Mut. Und sagt Claudia! Ja! Sag Ja! Ja! Sag Ja! Ja! Sag Ja! Ja! Ja!